Willkommen zurück zu Let's Play The World Ends With You. Jeder Pin, der ein Level Up haben konnte, ist ein Level Up gegangen. Ich habe jetzt irgendwie andere Pins drinne. Nämlich den hier. Obwohl ich nicht weiß, wieso. Achso, hatte ich noch nicht. Äh, was ist das für ein Pin? Äh, okay, ist schon wieder was mit Mikrofon. Das kann ich sofort vergessen. HP Drain. Okay. Egal. Hipsnake, das kennen wir schon. Stationary Up, äh, ja, das kennen wir, glaube ich, alle schon. Oh, Gott. Naja, wir wollen die Pins mal drinne lassen. Und jetzt sofort. Marco? Marco! Und so. Nice turnout. Bitte nicht, du bist der Typ. Wehe, es kommt Go to Red, Go to White, Go to Black oder so. Scheiß. Dann, Geschichte. So, having fun, kid. Huh? Oh, uh, yeah. Surprised at all the people, though. Tin Pin really draws a deserved crowd. Oh, und irgendwie ist meine Stimme heute nicht gut drauf. Huh, it's great. I knew they were the ones for the job. They who? You play, uh, you're a player too? What do you think? My company's sponsoring the event. And I'm impressed by how ordinary it all is, considering the turnout. Und meine Stimme macht heute echt nicht mehr. Was los, Stimme? Wie geht es dir? Das kann nicht reden, aber schlecht. Gut, gut. We hired a separate company to plan and run the event. Das ist bloß, das war ein ehemaliger Reaper-Gamemaster-ETC. Hey, they are new in town, so I was a little barry. But I'd call this a success. Guess the sponsor, uh, guess the sponsor can't do it all, huh? Goodness, no. The bigger the event, the more folks it takes to pull it together. Ich glaube, der Ton ist jetzt ein bisschen lauter als vorher. Ich werde es nicht umstellen, aber ich sicherlich irgendwas falsch mache hier. Das ist Business. Oh, wir haben die Klammer. Wow. Ich glaube, ich habe etwas wie das ausgedrückt, um alle Fälle von Leuten zu holen. Und dich! Nicht dich, Game Master. Nico und ich werde ich heute noch in Dream Drop Distance sehen. Ich habe das Spiel gerade gekauft am Freitag. Dieser Part kommt sowieso nicht sofort hoch. Aber egal. Ich muss noch spielen. Okay, gut. Well, hey, I'm here to register, kiddo. I can still squeeze you in. Sign up for the slam off. You know it. Sign me up. Okay, let me just jump down your info. There we are. Hello. Keine Ahnung, warum er auf einmal singt. Hat das schon vorher getan, wenn ja da bist, vergessen. War auch der erste Game Master und so. Now just listen for your name, okay? Okay. Enjoy. So, der sollte eher als Tischteer arbeiten, anstatt hier irgendwie mal zu restrieren. Oh. Attention all players, please report to your designated blocks. The two round preliminaries are about to begin. First of the prelims. This should be easy. Just focus on the game, Niku. Keep those Emeralds at bay. We're friends now. Oh. Da wollte ich schon einen Fehler machen. No. Die kicken sich alle selbst raus, oder was? Ja, die kicken sich alle selbst raus. Na toll. Ach, na ja. Immer besser als irgendwelche Arbeit zu machen. One down. Man, I love this game. Wir haben auch alle nur zwei Pins und wir haben sechs, verdammt. Okay, round two. Game on. Ja. Genau. Das war genau. Wo ist da einer hin? Da war einer. Da, da. Bleibst du noch stehen? Bleibst du noch stehen? Wieso? Hey, du hast mein Pins. Die haben schon mehr Leben, oder? Ja, die haben schon mehr Pins. Oh, ich bin nicht los. Oder? Oder? Komm. Ich hab sowieso noch eine Hand frei. Du bist raus. Oder nicht. Äh, und wieso kann ich die Verteidigung von denen besprechen, wenn sie... Ja, okay, das ist fail. Das ist sowas. Das war auch fail. Ich meine, ich bin geflogen und dann auch... You will. Das finde ich so am geilsten. Haben sich zwei selbst ausgenommen. Yes. Und so. Und so. Das should weed out most of the noobs. Everybody left her skills. But only I have my magic touch. Oh, this time has finally come. For the Shibuya Tin Pin Slam-Off Finals. Wah-ho-ho-ho. Und so. Introducing our commentator. Deputy editor of Pinhead Weekly, Koki Korea. Moment, da, tu? Wow. Thank you, thank you. Shibuya's at the top of Japan's slamming leagues. He who ruled Shibuya's tables ruled Japan. I can't wait to see who ruled today. And I'm your mech, Yodai Higashisawa. Alright, Yodai. Let's hear about our finalists. Absolutely. Entry number five. Megumi Kitani-ji. Ach so, ja, den sollen wir jetzt fertig machen. Ah, der dabei, ja. Hm, schönst wissen wir, wie er ihn nicht angesprochen hätte, ob er dann auch hier wäre. Naja, wir machen ihn fertig. Look at that poker face, Yodai. Ich hab keine Ahnung, ich mach jetzt einfach eine Kommentatestimmung für die beiden und fertig. Clearly, he's big on playing mindgames. Next up, entry 108, äh, number 8. Joshua, stimmt ja. Was machst du hier? Ich wollte den Typ fertig machen. With such a wide spectrum of tactics, this kid's the ROY-G build of the Ten-Pin-Strategy. Okay, when he sees a hole, he knows how to fill it. Next up. Ach so, wir werden uns jetzt so vorgestellt und so weiter. Our third finalists from the standard registration pool. A dark horse among lesser folds. Entry number 325, genau. Ich kann keine Ahnung sagen. Riku Sakurababababaa. Jetzt ein großer Applaus, das sind nämlich vier. Wow, everybody's staring. Damn right, of course I'm gonna win. Sakurabababa's first slam-off and he made it all the way to the finals. Can he hold his own against the Pantheon of Slammers? Our fourth and last finalist is a special guest. Special guest? What the hell? The Sultan of Slam. Er hat uns angerammelt, wie immer. Three-time-champ and title holder. Shooter done! Ich hoffe, wir haben auch diese Wahl diesmal. What? That was... He's... I knew he looked familiar. I've seen his mug in PV. Hey, bro! You really made it, wow! Don't sound so surprised. Cause I'm gonna beat you! I'm gonna be the man to break you. Oder so. There you have it, folks. One of these four finalists will go home with the grand prize. Was auch immer das sein wird. The Golden Saint Pin. Auch noch Saint? Och, nicht den schon wieder. Hab ich doch schon. Every Slammer's Dream Pin. Den hast du doch! Den hätte ich mal eintun sollen. Gimme, gimme. Okay, look, now then. Slam on! Und so. Die haben ja immer noch die Flügel. Ich dachte, ihr seid keine Reapers mehr oder so. Cut up those pin-suckers! Oh, ein Telefon. Ich hoffe nicht für mich. Könnte meine Fahrschule sein. Ja. Denkt euch das, man. Diese, ich wette, es ist diese, die ich nicht leiden kann. Ist das Teil des Programms? Äh. So. Ich hab keinen Bock, die vorzuleben. Oh, ja, ey, man. Oh, ja, ey, man. What the? Not my phones. Hands or... Irgendwas. Hey. Get your... Watch that. Phew. Jetzt sind die Pins weg. Und wir kämpfen noch mit zwei Pins. Oder oder sowas. Guess I kinda freak there. Ja. Das sagt nicht Nico, oder? Egal. My Pins! Somebody stole my... Oh, my Pins! Oh, my God, I can't fight anymore! Oh, my Pins! Also, what? They were stolen? Mine, too! Somebody grab them! Damn, I was careless. They got me, too. Give them back! You asshole! Ich wusste doch, die haben... Ich wusste doch, die... Ich hab's gesagt, okay? Thanks for the Pins, people! We appreciate you bringing them all to one place. Can I do it? All the three on the same? Every one another? Every one another? It would be nice. No, it would be nice, because I can't fight with my Pins now, or if I don't know what they bring them. Except for one. What are you talking about? The fastest way to gather a vast number of Pins is to have them gather for you, this anti-slamm-off was a sham-off. Zip it, Yodai. Enough rhyming and unnecessary exposition. Sorry, ma'am. Give me back my Pins now! Oh, I'm gonna kick your ass! You didn't have to say that to her. She can... She can... She can't do it. No, you can't... No can do, Shorty. We are gathering them for a reason. We need them more than you do. Who are you? Repose. The black skulls wear tin-pin-colors. Bend on purifying. Rhyming, Yodai. Exposition. Sorry, ma'am. We are done here, boys. Exert. Stage right. Bloop. So they're Pins thieves? Wait a sec. They don't know where to go from. Say it, you've lost all of them. It's like that. I still have all mine. Sure, all of them are Pins. Because my wing-out made it too hard to grab them. Phew. Please remain calm. Due to mass-pin-thievery, we regret the turn-outs. This year's Slammers is Haribai cancelled. Guess they have no choice. Well, time to head home. Hey, bro! They took your Pins too, right? Nope. Don't lie to me, man. If folks knew my Pins were spared, I might wind up as a suspect. There's only one thing left to do. What? Join me in talking back our souls. Our what? Well, the... Our Pins... Pins are very... I have the shit on the knife. Verdammt. Oh, the Pins. Now rise up and fight! The time is high to join hands and take back our souls. Oh, to call the cops like a normal person. Meet up at the ramen shop in Dugansaka. We're getting ramen. Oh, no, that's okay. I... We're getting ramen? That's our secret base. You have secret ramen base? Lecker! I would love to be one of them. Go tell Bok where and there what happened. There's a ramen doctor at our secret ramen base? Would you ever be so? Yeah, Dr. Pins, he's awesome. Thanks, bro. See ya. Wait, why me? Fear not. I'll be right behind you. Also... Der ist immer so hyperaktiv, ey. The kid is completely mental. Secret ramen base? Dr. Pins? I should... Probably play along until white suspicion. Well, I'm free for the afternoon anyway. Ja, und ein bisschen Abenteuerliches kann doch nicht schaden. Also, auf zum Rahmenshop, da wo ich sowieso hin wollte, um Ramen zu kaufen. Ich meine... Rahmen ist lecker. Bringt auch was. Hier ist der überteuerte Shop. Und wie ich immer noch nicht weiß, wie ich was über 999... Äh, 99.999... die einen Kostet kaufen soll. Aber okay. Moment da oben. Drübenzucker. Ja, ich bin richtig gegangen, Mann. So, ich weiß nicht. Kommt jetzt noch eine längere Sequenz? Ich weiß nicht. Ich will ja nicht über 10. Aber hier ist ein Laden. Wow, wir haben jetzt Nebility für den Rock, den Shiki hat. Und Combo Panel plus 2. Ist doch mal nice. Äh... Hm, was haben wir noch? Für den Z-Brain. Brain, okay. Kaufen wir mal. Was haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir nicht. Aber... Ach, egal. Kaufen wir. Wolltest du nicht. Wir wollten ja sowieso von allem was haben. Und mein Geld geht wieder zu dem... Moment. Was hat das gebracht? Das T-Shirt war teuer. Dat will ich jetzt wissen. Das T-Shirt war teuer. D-d-d-d. Äh, wo bist du die T-Shirt? Hallo? Ah, hier. Die Fans... Na ja, bringt K.P. und das Hütter. So, jetzt würde ich aber erstmal meinen Standard-Ausrüstung an die Pins wieder anbringen. Äh, Mastered. Ansonsten... Ja, keine Ahnung. Hey. Keine Ahnung, was sonst ist. Also, ich hatte... Den hatte ich aber drin. Für Timpon. Ah, wahrscheinlich habe ich die alle reingetan, damit sie leveln. So, auf jeden Fall hatte ich die Flammen drin. Den behalte ich jetzt auch drin, bei Nice. Okay, es sei denn, er verwandelt sich irgendwie in irgendwas, was ich noch habe. Ein paar Pond, nö. Den Schild machen wir nicht. Autoheil. Nö, was war das? Ach, das ist der hier Autoheil. Ja. Ähm... Diese Defense-Break-Bubbles. Moment, was war das hier? Das ist mein Liebkind-Bin. Okay, lassen wir uns mal so. Habe ich schöne Heilung. Wir wollen ja auf Nummer und Sicht gehen, falls irgendwas passiert. Und... Nein, nein. Nein, noch nichts im Rahmen-Shop. Das machen wir als nächstes Mal. Hier ist ja noch ein Shop. Moment, das ist der Geimer-Aben-Shop. Fuuuuhh, nein. Äh, hello. No, where's it's on? I guess I'll try it back later. Oh, doch nicht. Brauchst du die. Hm? Wuuuuh. Ich weiß nicht, was da nur mit Mr. H los ist. Mr. Halokoma? Wunder, was da hieß ab? To out here. I think I'll follow him. This could be a chance to learn more about him. About Cat. Ja, da haben wir zwei Sachen mit demnächst ein paar zu tun. Ist er irgendwo in einem Laden? Ja, aber konnte. In einem Laden, habe ich gesagt. Meine Güte. Äh, ja, hier. Der teure Laden. Oh Gott, der hat der teure Laden. F***. Oh, ich habe mir das hier nicht sehr viel gekauft. Kann das sein? Ich kann auch das hier viel. Der Laden ist komisch, finde ich. Aber naja. Ich freue mich noch mal vorbeikommen. Ich wollte sowieso erst mal sprechen. Ah, rennen. Auch mit ganzen Pinseln da. Maus. An 10.000 noch. So. Main Store. Bürgershop. Willkommen in der Sonne. Yo, yo. Bravery sind gerade... Da kommen wir mal. Ach ja, man kann nur mal zum neuen haben von irgendwas. Aber hiervon hole ich nur mal fünfmal. Die ich jetzt auch. Ich würde sagen, nach diesen Shoppen werde ich... Und wir sehen uns dann nächstes Mal im normalen Ramen Shop. Vielleicht hätte man ja schon vorher was kaufen können. Aber naja. Man weiß ja nicht. Äh, Bravery nö. Aber Bürger muss rein. Nein, HP nö. E-Fans. Da klau nochmal fünf mitnehmen. Wie langsam so die FSG da steigt. Ganz langsam. Aber... So. Hiervon noch. Neun. Ja, das müsst ihr jetzt noch mit ansehen, weil ich die Paddy jetzt noch nicht wenden werde. Doch, komm schon. Jetzt aber. Yes. Was haben wir jetzt bekommen? Ach, mehr Abilities. Fragt sich nur, wo ich die Abilities gerade sein. Dungeon Gun. Wenn nicht hier. Hier habe ich ja noch keine Abilities bekommen. Wahrscheinlich muss ich erst mal diese Quest-Dinger da Ding machen da hier. Nein, kein Bravery. So, vielleicht... Moment, das kann ich machen. Davon habe ich genug, natürlich mal das. Äh, ja. Und das hier. Same. Komm wieder. Na ja. Werde ich, wenn ich wieder Hunger habe. Hallo. Hi. Wir haben alles von dir, aber wir haben... Wahrscheinlich bekommt man hier andere Abilities. Aber kein Bock hier was kaufen und Freundschaft hochzumachen, weil ich alles schon hab. Dragon. Welcome. Das brauche ich jetzt, oder? Komm, sag... No. Ah. Zwei Scarlet, ey. Damit brauche ich ein. Dafür brauche ich... Oh, Fuyu Scarlet. Da betrachtet sie für den Schluss, das ist immer gut. Okay, attack oder verteidigung, attack oder verteidigung, attack oder verteidigung, ne, äh, Joshua. Verteidigung. So. 100 jahren PIN. Ja. Exquisit. Äh. Äh. Okay. Wäre gut für Joshua, aber ich hab kein Geld. Sowieso hier müsste ich, wenn nochmal vorbeikommen. Kann sein, dass ich hier schon mal war. Deutsche bekommt mir bekannt worden. Ja, war ich schon. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Part. Wir folgen Mr. H. Bevor... Äh, nachdem wir im Rahmenshop waren. Bis dann, viel Spaß und tschüss. Bis zum nächsten... Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.